Lallit Mendez und seine Frau etliche in Deutsch, die gibt es unten zu kaufen für 5 Euro, auch eine DVD im Eingangsbereich. Nachdem ich gerade aus Indien zurückkomme und das Indien-Englisch noch ein bisschen intus habe, ich bin kein perfekter Übersetzer, ich bitte um Gnade, weil ich versuche Lallit zu übersetzen. It's my joy to welcome you, Lallit Mendez. Thank you. Guten Abend. Ich würde heute gerne ein paar Sachen erzählen, über wie wir durch Gebet die Nation regieren können. Es fängt damit an, dass du durch das Gebet dein eigenes Leben führst, deine Familie, deine Finanzen und deine Gesundheit, dein Arbeitsplatz, deine Nachbarschaft, deine ganze Stadt, deine Stadt, deine Nation. Und die ganze Nation. Jetzt lass uns dem Herrn mal einen Applaus geben. Jetzt kneif mal deinen Nachbarn und sag ihm, ist es möglich, dass du durch Gebet was veränderst in deinem Leben? Wir fangen an, Jesaja 53, Vers 10. Das ist eine bekannte Passage, die wir kennen von Jesaja. Es geht über den Knecht Gottes. Das Kapitel beginnt mit der Kreuzigung des Messias, dann seine Auferstehung und schließlich seine Herrschaft. Es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen, hat ihn Leiden erleben lassen, weil er sich selber als Schuldopfer hingab. Warum ist das geschehen? Warum hat Jesus das Kreuz ertragen? Warum hat der Vater überhaupt zugelassen, dass der Sohn ins Kreuz ging? Da heißt es, er wird Nachkommen sehen. Er wird sehen, dass viele gerettet werden. Lass uns noch mal Jesus applaudieren. Nicht nur das. Jede Nation auf Erden wird Erbteil Gottes sein. Das beginnt damit, dass ein Land von Jesu Blut errettet wird. Aber jede einzelne Nation muss wieder versöhnt werden mit Gott. Kannst du euch das vorstellen? Dass eine ganze Nation ein Kind Gottes werden kann. Ganz Deutschland Kind Gottes. Ganz Sri Lanka Tochter Gottes. Sri Lanka ist einfach so wunderschön, ich muss sie weiblich als Gottes Tochter bezeichnen. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist und gelitten hat. Sieht er jetzt, dass seine Nachkommenschaft in jeder Zunge, Nation und Sprache hervorkommt. Wir lesen es auch in Hebräer 12, 2. Aufgrund der vor ihm liegenden Freudenahme bereitwillig das Kreuz auf sich. Und seine Nachkommen auf der Erde werden sein Leben auf der Erde fortsetzen. Nachdem wir wiedergeboren sind, sind wir einfach auf der Erde, dass wir morgens aufstehen und sagen, ich lebe heute, damit Jesu Werk auf Erden fortgesetzt wird. Also heute Abend machen wir ein bisschen interaktives Gebetseminar. Also wir hören das und dann tun wir es. Wir bekennen das und dann besetzt, dann nehmen wir das ein. Jetzt machen wir ein bisschen so einen kleinen Marsch unter unseren Füßen. Also werden die Tage von Jesus fortgesetzt. Das ist, was Jesus auf Erden getan hat. Überall, wo ich meinen Fuß hinsetze, sollen die Tage von Jesus fortgesetzt werden. Wenn ich zum Arbeiten gehe, werden die Werke von Jesus auf Erden fortgesetzt. Also guck mal, wir arbeiten jetzt was, okay, wir machen jetzt was. Also wir machen das, das mache ich immer schon. Ja, wenn ich bei mir in der Nachbarschaft rumlaufe, werden die Tage von Jesus fortgesetzt. Unter meinen Fußsohlen, unter meinen Händen, wo ich immer auch sehe, in dem, was ich höre, werden die Tage von Jesus fortgesetzt. Ja, bekennt es ruhig mal, die Tage von Jesus werden fortgesetzt. Sagt es ruhig mal laut, die Tage von Jesus werden fortgesetzt. Und die guten Absichten Gottes werden in seinen Händen gedeihen. Das Kreuz war eine schreckliche Sache. Absolute Todesangst. Doch Jesus hat die Herrlichkeit schon vor sich gesehen. Und deswegen konnte er zum Vater sagen, das hast dir gefallen. Das ist ein bitterer Kälf. Doch daraus wird ein Kälf des Sieges erwachsen, den ich meiner Kirche geben werde. Also er empfing es als Wohlgefallen des Herrn, als Absicht Gottes. Wenn wir Gottes Willen annehmen, als sein gutes Wohlgefallen in unserem Leben, dann wird jeder, mit dem wir in Kontakt sind, egal ob wir ihn mögen oder nicht, auch Gottes Wohlgefallen sein. Weil dann wird alles, was in unsere Gegend kommt, von Gott in die Hand genommen werden. Wenn wir mit Gottes guten Absichten in unserem Leben übereinstimmen, dann wird das, was wir in unseren Händen tun, gedeihen. Lass uns den Herrn dafür preisen. Also wir sind niemals Opfer. Wir sind auch nicht die Opfer von schlechten Politikern. Wir sind nicht die Opfer von den Umständen, die politisch sich ereignen. Es gibt so viele Christen, die zum Herrn kommen und sich beim Herrn beschweren, ob was alles Schlimmes passiert. Als wenn Gott diese Info noch nicht hätte. Er weiß alles. Wir lesen das in der Presse. Aber die Christen sind nicht gerufen, nur zu berichten, sondern um zu transformieren. Also wir kommen nicht in Gebetstreffen, um etwas zu erzählen. Wir kommen nicht wie die Presse und erzählen nur die schlechten Sachen. Wir kennen die Nachrichten. Wir lesen schon die Nachrichten, das passt alles. Aber nicht einfach nur, um zu erzählen, was alles los ist, sondern um damit zum Thron Gottes zu gehen und dann diesen Report zu reformieren, also die Nachrichten zu verändern. Und das nächste Mal, weil wir gebetet haben, werden sich die Presse und Nachrichten verändert haben. Genau das ist in meiner Nation in Sri Lanka passiert. Zwischen 1998 und 2009 war Sri Lanka so etwa die schlechteste Nachricht auf der Welt. Wenn irgendjemand von Europa nach Sri Lanka gesendet worden ist, hat er vorher festgebetet, dass der Herr ihn beschützt. Und wenn du Sri Lanka bezüglich irgendwelche Homepages durchsucht hast, waren immer schlechte Nachrichten. Doch Gott hatte einen anderen Plan. Weil er mit seinem Blut jede Nation besprenkelt hat. In Jesaja 52, Vers 15 Also als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er mit seinem Blut einen Vertrag unterschrieben, dass er Deutschland errettet. Und das hat er auch für Sri Lanka getan. Hat er für jede Nation getan. Jesaja 52, Vers 15 So wird er mit seinem Blut viele Nationen besprenkelt. Weil er am Kreuz gestorben ist, hat er mit seinem Blut die Nationen besprenkelt. Hat eine Überweisung für jede Nation geschrieben. Und hat das an alle Nationen weitergegeben. Alle Generationen und Apostel für diese Nationen übergeben. Und wenn wir jetzt zum Kreuz kommen, und wenn wir umkehren und Buße tun, dann gießt er sein Blut aus. Und schreibt einen Vertrag um. Du und dein Haus, ihr sollt gerettet sein. Apostelgeschichte 16, Vers 31. Wer von euch glaubt und zu Glauben kommt, der wird gerettet werden, er und sein Haus. Hib mal die Hand, wenn du das glaubst. Mein Haus wird errettet sein. Meine Eltern werden gerettet. Meine Geschwister werden gerettet. Meine Kollegen und mein Chef werden gerettet. Meine Schwiegerleute und meine Mutter-in-Law werden gerettet. Meine Schwiegerleute werden gerettet. Mein Mitglied der Bundestag wird gerettet. Mein Bundestagsrepräsentant wird gerettet. They can be saved. They must be saved. Die brauchen Rettung. Mein Nachrichtensprecher wird gerettet werden. Mein FCA-Spieler, den ich liebe, wird gerettet werden. Denn wir haben Kontakt zu jedem Gipfel der Gesellschaft. Das, was bei euch Fußball ist, bei uns ist das Cricket. Weil Fußball braucht man nur anderthalb Stunden. Cricket braucht man fünf Tage. Also viel mehr Spaß. Deswegen haben wir auch so viel Durchhaltevermögen im Gebet, weil wir im Cricket auch so Durchhaltevermögen haben. Jesaja 52,15 Er wird viele Nationen besprenkeln. Als du dich zu Jesus zugewendet hast, als du das erste Mal zum Kreuz kamst, da hat er mit seinem Blut besiegelt, dass du und dein Haus gerettet werden. Du und dein Haus. Nimm dir das zu Herzen für die von deiner Verwandtschaft, die noch nicht gerettet sind. Das ist dein Bekenntnis, dass sie gerettet werden. Durch das Blut des Lammes und das Wort unseres Zeugnis überwinden wir den Teufel. Wir können Dinge in ihrem Leben durch das Blut Jesu verändern. Also er hat mit seinem Blut einen Vertrag unterschrieben und dir Zugang gegeben. Der Glaube ist eine Substanz dessen, was man erhofft. Ein Beweis für das, was man noch nicht sehen kann. Jetzt ruft mal raus, laut, meine Verwandten werden gerettet. Sehr gut. Weil das, was du bekennst, das nimmst du in Besitz. Und das, was du ausdrückst, vertieft das, was du verstanden hast. Auch indem du nur zuhörst über Gebet, auch wenn du nur anfängst damit, dann beten wir schon. Also wir verhandeln. Wir machen einen Handel. Wir kämpfen um die Rettung unserer Verwandten. Sag mal mit mir, durch das Blut Jesu. Durch das Blut Jesu. Jesaja 52, 15. Er wird viele Nationen besprengen. Könige werden vor ihm verstummen. Wenn ein Boden zu Jesus kommt, angefangen vom Bereich der Medien und der Journalisten, der ganze Bereich der Gesellschaft, der Unterhaltung oder der ganzen Computertechnologie oder der Wirtschaft, wenn einer zu Glauben an Jesus kommt, oder wenn ein Fußballstar zu Jesus kommt, oder aus der zweiten Bundesliga jemand gläubig wird, ja, dann zieht das Kreis, ein anderer kommt auch zum Glauben. Und eines Tages kommt der Kapitän der deutschen Fußballmannschaft zum Glauben. Denn es gibt Könige, die über diese Berge herrschen. Es sind Menschen, die da herrschen. Es gibt so Stars, die in diesen Bereichen herrschen. Die kontrollieren die Leidenschaften und Träume von so vielen jungen Menschen. Wenn einer von denen zu Jesus kommt, dann kommen auch so viele andere zu Jesus. Dann gibt es auch dämonische Herrscher, die diese Gesellschaftsberge beherrschen, die sowas wie die Gefängnistüren bewachen, wo Leute drin gefangen sind. Das sind unsichtbare Gefängnisse. Letzten Donnerstag habe ich eine Vision gesehen. Jesus war sehr in Eile und hat etwas sehr Ernstes vorgehabt. Also er hatte so eine ganz normale Schäferkleidung, Hirnkleidung an. Aber er hat irgendwie sehr bewusst in eine Richtung geschaut und es so hingegangen hat. Und da waren irgendwie so große Schafe neben ihm, aber die haben geschlafen. Die haben ein bisschen zu viel Theologiegras gefressen. Die haben zu viele Theorien über Erweckungen gefressen. Und die haben richtig geschnarcht, während die Erweckungen schon kamen. Aber Jesus hat nach Hirten gesucht, die die aufwecken sollen. Und er hatte so eine ganze, ganz viele Schlüssel hatte er dabei, umhängen. Und es waren die Schlüssel für das Königreich. Sag das mal laut, Schlüssel für das Königreich. Und er wollte diese Schlüssel Leuten geben, damit sie Käfige öffnen können und Gefangene aus der Dunkelheit rausholen. Das ist Gebet, ihr Lieben. Schlüssel für das Königreich. Was ihr auf Erden bindet, wird im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden freilässt, das wird im Himmel freigelassen worden sein. Da gibt es einen direkten Zusammenhang. Es gibt Schlüssel für das Königreich. Es gibt so Dinge, die warten nur darauf, dass Christen sie nehmen. Es gibt es in jedem Bereich von Unternehmungen. Wo auch immer du arbeitest, können Menschen zu Jesus kommen. Es geht darum, eine Gemeinde wie Apostelgeschichte 2, 42 zu werden. Der Herr hat täglich hinzugefügt. Das ist Jesus mein Dank, dass er täglich Leuten... Also wenn menschliche Könige, die über diese Gesellschaftsberge herrschen, sich bekehren, Jesus hat 52, das heißt, wenn sie ihren Mund schließen, das heißt, dass sie auf Jesus schauen, nichts mehr sagen. Und so wie wir vorher gesungen haben, werden auch sie singen, Herrlichkeit und Ehre sei dem Gerechten. Normalerweise sind die Könige in diesen Bereichen, die sind sehr, sehr selbstbewusst und preisen sich nur selbst. Aber sie werden ihren Mund schließen und nicht mehr ihren eigenen Loblied singen, sondern werden über Jesus singen. Und das gleiche mit dämonischen Mächten, die werden still sein. Sie werden ihre Kraft verlieren. Wir können den starken Mann und auf die Weisung unserer Worte hin, können Engel beeinflusst und geleitet werden. Wir sehen es ein paar Mal im Alten Testament, wo Engel vom Himmel kommen und irgendwas auf Erden tun. Aber in Johannes 1, 51 sagt Jesus was anderes. Jesus sagt, ihr werdet Engel auf- und niedersteigen sehen, wie ihr Menschessohn. Denn bei der Auferstehung Jesus kamen ganze Legionen von Engeln, um den neuen Bund jetzt auszuführen. Wenn wir jetzt beten, auch wenn wir das Wort Gottes beten, wenn wir das Wort Gottes prophezeien, wenn wir jemanden in Ratschlägen das Wort Gottes nahe legen, hören die Engel die Worte Gottes. Wir hören das im Psalm 103, Vers 32. Die Engel steigen auf durch die prophetischen Worte. Deswegen beten wir Tag und Nacht 24 Stunden. Deswegen haben wir so ein Gebetshaus mit 24 Stunden. Wir haben ein Gebetsareal in Sri Lanka eingerichtet, das Hunderte von Quadratmetern groß ist. Wir nennen das das Haus der Herrlichkeit. Jede Woche am Dienstag haben wir ein Glory House. und wir bringen unsere Nation vor das Angesicht Gottes. Wir kritisieren nicht unsere Politiker, sondern wir tauchen die in die Herrlichkeit Gottes ein. Schau, du kannst aus einer gleichen Quelle bitteres und süßes Wasser zugleich hervorsprudeln lassen. Du kannst aber nicht gleichzeitig kritisieren und gleichzeitig die Herrlichkeit haben. Du musst dich entscheiden, ob du kritisierst oder die Herrlichkeit freisest auf deinem Mund. Was willst du heute Abend, für was willst du dich entscheiden? Sag mal, ob ihr Glory oder Kritik aus eurem Mund hervorfließen lassen wollt. Also Könige werden verstummen. Könige herrschen über Nationen. Und es gibt immer wieder Situationen, da kommen sie in Situationen, wo sie nicht wissen, was sie tun sollen, diese politischen Könige. Also die werden auf einmal still. Und dann gibt es Christen, die ihnen was sagen können. Christen können auf einmal zu einer Nation sprechen. Und dann können Christen den Hirtenstab in die linke nehmen und das Königszepter in die rechte Hand nehmen und mit dem Hirtenstab von Barmherzigkeit, Liebe und Erbarmen und dem königlichen Zepter von Autorität und Vollmacht können wir das Kreuz ausführen. Lass uns das mal wie so eine prophetische Pantomime machen. Mit dem Hirtenstab im linken und mit dem königlichen Zepter in der rechten werde ich die Gesetzgebung des Kreuzes ausführen. Lass uns das mal Halleluja sagen. Also wir wollen uns in politischen Häuptern helfen in schwierigen Zeiten. Was passiert dann? Was sie vorher noch nie gehört haben, das verkündet man ihnen jetzt. Ja, wenn wir ihnen nicht im Geist sagen, dann werden sie das nicht sehen. Denn es gab einst ein Daniel und der hat zum Gott des Himmels gesprochen. Nebukadnezar nicht schlafen können, sondern hat einen Traum gesehen. Weil Daniel in Kontakt mit Gott war. Und dann fangen die Könige an zu sehen. Gute Regierung passiert so. Du sprichst in den Geist deines Regierungschefs. Das sollst du tun. Ja, wenn du mit Christus regierst, im Gebet, dann werden Könige still werden. Die ganze irdische Weisheit wird gestummen und die falschen politischen Entscheidungen, auf einmal ist es alles still. Und das, was du im Geist sprichst, das werden sie nach und nach tun. Du musst es im Gebetsraum sagen. Leute, das ist die Vollmacht, die ein 24-Stunden-Gebetshaus hat. Du sprichst Gottes Absichten in die Nation. Du prophezeist Gottes Ratschlüsse direkt in den Kopf der Regierungschefs. Und die fangen an, das umzusetzen, was du im Gebet gesprochen hast. So hat der Krieg in Sri Lanka aufgehört. Der Bürgerkrieg in Sri Lanka hatte schon 1991 begonnen. Der brutalste Bürgerkrieg, den man sich vorstellen kann. 80.000 bis 90.000 waren schon getötet. In der Hauptstadt Columbo haben sich Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Wir haben das Gebet zu unserer Hauptbeschäftigung unseres Lebens gemacht. Ganz viele kleine, arme Leute haben gebetet. und die wurden diejenigen, die Gottes Altar aufgebaut haben. Wenn ihr Sparrow und Sparrow in die Gottes Altar und ein Altar aufgebaut haben, werden sie kräftig. Was ist Sparrow und Sparrow? Sparrow und Sparrow die kleine Vögel? Also okay, wenn ihr Schwalben und Spatzen habt, die anfangen, den Altar Gottes aufzubauen, dann passiert etwas Mächtiges. Kleine Vögel. Ganz, ganz, ganz viele kleine Vögel. Die konnten nur zu Gott piepsen. In allen Treffen, die wir hatten, haben wir gebetet. Ganz einfache Leute. Arme Leute, die noch nie im Bundestag waren, im Parlament waren. Viele haben nie studiert oder so. Aber sie haben angefangen zu beten. Wir hatten auch ein Treffen in Columbo. Das waren eher gebildete Menschen. Ich war damals an der Uni. als Doktor und meine Frau war Rechtsanwältin. Und so Leute wie wir. Und wir sind in der Früh in die Kirche gekommen. Jeden Morgen um 5 Uhr. Jeden Freitag haben wir um 9 Uhr vormittags angefangen und bis nachts um 2 in der Gemeinde durchgebetet. Und wir haben mehr und mehr die Bedürfnisse der Nation im Gebet ausgefochten. Am Montag ging es um Mütter. Wir haben das die Rahel-Brigade genannt. Da ging es um das ganze Thema Mutterschaft und Mutterleib und eben Abtreibung. Denn eine Art von Blutvergießen führt zu einer anderen Art von Blutvergießen. Am Dienstag haben wir für die Teenager gebetet. Die Samuel-Brigade. Wir haben eine richtig lange Gebetsliste gehabt, wo wir beten. aus dem Wort Gottes raus. Am Mittwoch ging es über Hochzeiten, Ehe, Familien, Ehe. Wir haben es Ruth- und Boaz-Brigade genannt. Dann Schätze am Donnerstag. Da haben wir um die wirtschaftliche Welt gedacht. Die Josef-Brigade. Da haben wir die Josef-Brigade genannt. Am Freitag haben wir um das Feuer gebetet. um die Elia-Brigade. Jeden Tag der Woche hatten wir einen besonderen Gebetsfokus. Die 24 Stunden am Tag haben wir so eine Gebetsuhr eingerichtet. Von drei bis sechs Uhr nachts haben wir gebetet, dass Apostel aufstehen. Und die Frauen der Pastoren sind aufgestanden. und die Pastoren haben geschlafen und haben die Träume Gottes geträumt. Von sechs bis neun haben wir für Schulen, für Erziehung und für Lehrer gebetet. Jeden Tag läuft es so. Wir haben so mitgebetet mit dem täglichen Ablauf, wie die Menschen in unserer Nation so leben. wie haben wir so Gebetsmärsche in die sozialen Strukturen unserer Stadt durchgeführt. Versteht ihr besser, wie ich das meine, Gebetsmärsche? Also im Gebet gehen wir in das Leben von Leuten rein. Wir sind in das Leben von Lehrern reingegangen. Von neun bis zwölf ging es um die Rechtsprechung. Ja, das ist die Zeit, wo einfach die Richter sich mit den Fällen beschäftigen, dass sie Recht sprechen. Von zwölf bis drei haben wir uns im ganzen wirtschaftlichen Bereich beschäftigt. Ja, in der Zeit werden wichtige Entscheidungen getroffen in der Wirtschaft. Also alle drei Stunden Slots haben wir im Gebet in Besitz genommen. Eines Tages am Sonntag in einem unserer Gebetsreffen hat meine Frau im Gebet geleitet und es war im ersten Stock und die Fenster waren offen. Auf einmal sind zwei Tauben reingeflogen. Es ist noch nie zuvor passiert. Nachher auch nie wieder. Eine Woche zuvor war einer unserer Freunde, den wir kannten, in Colombo durch einen Selbstmordattentat zu Tode gekommen. Unsere Stadt war übersprenkelt mit Orten, wo die Regierung weiße Tauben hingemalt hat und das Zeichen, dass dort eine Selbstmordbombe explodiert worden war. Diese sri-lankanäische Terroristengruppe hat selbst die Sprengstoffgürtel erfunden. Wir hatten jeden Tag Blut vergießen in unserer Nation. Es ist so eine wunderschöne Nation. Wir haben 126 Flüsse. Wir sind das Land mit dem meisten guten Trinkwasser pro Hektar auf der Welt. So viele Wasserfälle. Das beste Urlaubsziel. Aber es war voller Blut. Und eines Tages, als diese Zeit tauben kamen, meine Frau gerade fürbitte geleitet hat. Die kamen vom Rückfenster nach vorne, wo meine Frau stand und Lob und Gebet leitete. Sie kamen nicht, während ich gepredigt habe. Sondern als meine Frau fürbitte geleitet hat. Und sie sind über die ganze Versammlung geflogen bis hinter an das Kopfende des Zahres. In those days we had up services in a nice Baptist church that had built a nice big altar. Damals hatten wir unsere Gottesdienste in einer schönen Baptistengemeinde, die einen schönen Altar hinten hatte. und jeder ist auf seine Füße gesprungen. Eine Woche vorher war das, als dieser Mann, er war ein Vater, der etwa 40 Jahre gestorben war, durch diesen Selbstmord aufgetat. Und als wir die Tauben sahen, haben wir Glauben bekommen, haben zum Herrn geschrieben. Chirantia gesagt, so wie die Tauben jetzt in dieses Gottesdienst gekommen sind, dürfen in der Stadt nach Colombo keine Selbstmordattentate mehr kommen. Keine jungen Frauen mehr, die sich mit den Sprengstoffgürteln in die Luft sprengen in Colombo. Von diesem Tag an gab es kein einziges Bombenattentat mehr in der City von Colombo. Was ich euch erzähle, wurde in großen Schmerzen geboren. Aber die Engel haben die Stimmen unserer, die Worte unserer Stimmen gehört und sie zum Thron Gottes gebracht. Im Geheimen haben wir in der Gertzimene im Gebet gehen wir in den Garten Gezehmerle. Im Gebet lernen wir den Kelch Jesu zu trinken, damit unsere Nationen in den Sieg kommen. Das ist der Sinn von Gebet. Wir lernen den Herzschmerz von Jesus kennen. Wir sehen, wie die Frucht seiner Leiden zu ihm kommt. Wir sehen, wie sich Nationen ihm zuwenden. Wir sehen, wie sich von jedem Stratum der Gesellschaft Menschen zu Jesus kommen. Wir sehen, wie wissenschaftliche Atheisten sich bekehren. Wir sehen, wie Kommunisten sich zu Jesus bekehren. Wir sehen, ganz weltliche Humanisten sich bekehren. Wir sehen, Psychologen, die auf Freud stehen, die sich bekehren. Und wir fühlen, dass viele von ihnen in Deutschland waren, die in Deutschland müssen sehr betrachten. und viele von denen haben in Deutschland studiert. Also deswegen müsste Deutschland viel beten. Der Herr möge dieses Gebets aussegnen. So haben wir angefangen, für unsere Nation zu beten. Wir sind Gottes Thron. Wir sind Gottes Ziel. Und wir haben auch die Kraft von Armut gelernt. als wir erst mal aus allen Sicherheiten rausgerufen wurden, um dem Herrn zu dienen, sind wir in ein Dorf in eine kleine Schlammhütte gegangen, in der Nähe von Columbo. Und da haben wir gelernt, zu fasten und zu beten. Und dann haben wir Visionen Gottes gesehen. Wir haben gelernt, zu beten. Es kamen von Dämonen besetzte Menschen und wurden frei. Und wir haben gesehen, wie unsichtbare Orte das Leben von Menschen besetzt hielten. Und es gab eine opferbereite Gemeinschaft, die alles bereit war zu teilen, die sich anfing, jeden Tag im Gebet zu treffen. Wir hatten ziemlich wenig zu essen, es gab viel Fasten, manchmal freiwillig, manchmal unfreiwillig. Manchmal wollten wir fasten, manchmal haben wir gefastet, weil es einfach nichts gab. Und Gott fing an, sich in unserem Leben zu bewegen. Und dann in 1983 gab es schreckliche Rassenunruhen, ganz viele sind gestorben und unsere Nation ist wirklich in eine Höllenzeit gegangen. Taufe im Gebet schon empfangen. Der Herr hat uns eben rausgerufen aus unseren Sicherheiten, aus weltlichen Sicherheiten. 1988 im April ist eine marxistische Revolution ausgebrochen. Es war eine bewaffnete kommunistische Gruppe, die die Regierung angegriffen hat. Weiter im Süden bei uns eben war diese marxistische Revolution und in nördlichen Regionen waren eben diese tamilischen Terroristen. Wir waren ganz wenige Leute, unbedeutende kleine Gruppen. Aber wir haben sieben Tage durchgebetet und gefastet. und wir haben so lange gebetet, bis Antworten kamen. Meine Frau hat an Hiranti ein 30-tägiges Gebetsteil angefangen. Am Ende der 30 Tage hat er einmal am Tag nur gegessen in der Zeit. Gegen Ende der 30 Tage wurde der aufständische Leiter von den Marxisten geschnappt. Also dann kam langsam Frieden in die südlichen Provinzen. Da war ganz viel Brutalität, die da passiert ist. Ganz viele Tote. Und in einem unserer Open-Air-Treffen kam ein Mann. Also worauf ich raus will. Jesus fing an, sein Blut auszugießen. Durch unsere Treffen und unsere Worte. Durch unsere Einfache, auch unsere Albeut und durch unsere armen kleinen Leute und bis große Leute. Er hat die im Sinn, wenn wir feinfühlig sind und wir das Zeugnis Jesu ernst nehmen, in ganz einfachem Zeugnis, dann wird vielleicht irgendjemand errettet, der dann eine große und wichtige Tür in einer ganzen Nation ist oder eine Stadt. Als ich den Aufruf zur Lebensübergabe machte, hat dieser Einfrau gesagt, ich habe dich nicht da vorne gesehen, sondern ich habe Jesus gesehen, wie er mich gerufen hat. Der kam nicht aus christlichem Hintergrund, aber er ist nach vorne gekommen, hat Jesus angenommen. Er war ein naher Freund des Präsidenten und dieser Präsident war ein sehr gefruchteter Mensch. Und er ging und hat das dem erzählt. Er hat erzählt, weißt du, da gibt es Leute, die beten für die Nation. Und deswegen überleben wir. Und so wurde dieser Mann geschnappt, dieser Terrorist. Daher kommt es, dass diese Marxisten aufgehört haben. Die haben 30 Tage gefastet und gebetet. Und der Präsident hat es geglaubt. Er war, dass der Freund vom Präsidenten war. Und er hat gesagt, okay, bringt die mal her. Am 15. März 1992 sind wir gegangen, haben den Präsidenten getroffen. Es war einer, vor dem alle Angst hatten. Ziemlich großer Raum. Und er ist als vorne am Tisch und ich neben ihm. Aber die Nacht zuvor war Freitag. Wir haben Freitagabend immer schon gebetet, selbst vor unserer Hochzeit schon. Die Kraft eines Gebetshauses. Die Kraft eines Gebetsalter. Die Kraft einer Gebetsnacht. Wir haben jede Woche von 10 Uhr abends bis 2 Uhr nachts gebetet, seit Jahren. Seit dem November 1975 haben wir das getan. Jetzt sprechen wir aber 1992. 15. März. Die Nacht zuvor waren wir wieder in dieser Nachtgebetszeit. Wir machen das bis heute. Da kam eine Prophetie. Sag dem Präsidenten Folgendes. Sag dem Präsidenten Folgendes. Und ich habe prophezeit. Ein Freund hat es aufgeschrieben. Am nächsten Morgen haben wir es in den Computer getippt. Und ich gehe zum Präsidenten los. Und dann habe ich ihm Folgendes gesagt. Gott sagt, er ist dein Herr. Du bist der Diener. Du sollst die Schuldigen bestrafen. Und tu nicht die unschuldigen Knechten. Gott ist der Hirte dieser Nation. Und du bist der Unterhirte, wenn du der Präsident bist. Dann habe ich ihm gesagt. Gott ist dein Retter. Und wenn du nicht gerettet wirst, werden Menschen sich an dir rächen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich gerade mit dem Finger auf ihn gezeigt habe. Ich sage, Entschuldigung. Ich spreche jetzt aus einem anderen Raum zu dir. Er war echt ein gefürchteter Präsident. Er sagte, passt schon. Ist gut. Ich verstehe es. Dann haben wir über ihn gebetet. Ein paar Monate später ist er gestorben während einer Selbstmordattentat. Da ist der Präsident umgebracht worden. Von einer Terroristenbombe. In so einem Zustand war unsere Nation. Aber jetzt, mittlerweile ist der Flughafen total sicher. Wir haben super Bahnhöfe. Also könnt jederzeit nach Sri Lanka kommen. Lass uns den Herrn danken. Die Nation hat sich verändert. Was ich versuche zu sagen. Wenn du treu bist in einem Gebetsaltar. In einem Gebetsraum. Das wird so etwas wie eine Herrschaftszentrale in Gottes Herrschaft. Gott sagt, in Augsburg ist ein Gebethaus. Und er baut dieses Ding ein in seinen großen Regierungsplan. In seine Herrschaft. Wie er die Herrschaft über Deutschland ausübt. Wie viel Zeit habe ich? Jetzt würde ich euch gerne eine Bibelstelle zeigen, mit der wir oft gearbeitet haben. Wir haben das oft ganz real gefühlt und gespürt. Jesaja 9, 1 bis 10. Jesaja 9, 1 bis 8. Jeder kennt Jesaja 9, 6. Das wissen wir wahrscheinlich sogar auswendig. Das ist eine klassische Weihnachtslesung. Uns ist ein Kind geboren. Uns ist der Sohn ein Sohn geschenkt. Und er wird genannt. Wunderbarer Ratgeber. Und der Friedefürst. Der mächtige Gott. Wunderbarer Ratgeber. Ewiger Vater. Friedefürst. Und da hören wir meistens auf. Jetzt geht es hier weiter. Wir haben es hier auf Englisch. Ihr könnt es selber auch nachschauen. Sein Friedensreich wird kein Ende haben. Und die Herrschaft wird auf seiner Schulter sein. Seine Herrschaft wird auf seiner Schulter liegen. Die Herrschaft wird auf seiner Schulter sein. Und die Herrschaft wird auf seiner Schulter sein. Wir sind der Leib Jesu. Auf der Erde. Stimmt es, dass wir der Leib Jesu sind? Also wo ruht seine Herrschaft jetzt? Wer? Wo? Auf seinen Schultern. Und wer sind seine Schultern? Leg mal deine Hand auf deine Schulter und sag, wo ich bin und wo meine Füße sind. Jetzt gehen wir mal wieder bis hin. Wo immer ich hingebe. Mein Arbeitsplatz. Meine Familie. Meine Eukos. Mein Haus. Mein Eukos. Griechisch. Meine Nachbarschaft. Gehst du noch immer weiter. Meine Nachbarschaft. Meine Nachbarschaft. Gottesherrschaft. Für all this. Is on my shoulder. Ruht auf meiner Schulter. So whenever we take the counsel of God. God's wonder comes into my business house. Wo immer wir uns nach Gottes Rat ausstrecken, kommen Gottes Wunder in mein Haus, in meinem Bereich. Die Cousine meiner Frau war eine einfache Ingenieurin. Und er wurde gelähmt. Er hat eine schlimme Krankheit mit einem schlimmen Namen bekommen. Wo die Nerven in der Wirbelsäule kaputt gehen. Und konnte Hände und Füße nicht mehr bewegen und nicht mehr gut atmen. Wir haben dann die Hände ihm aufgelegt und für ihn gebetet. Er war Christ. Aber er hat mehr so für sich selber gelebt. Wir haben die Hände aufgelegt und gebetet. Und an diesem Abend sprach Gott zu ihm. Aus Daniel 5. Du hast den Gott, die Götter von Silber und Eisen angebetet. Weil er war auch wirklich ein Bauingenieur. Und drei Monate lang hat Gott gesprochen. Und dann ist er eingeschlafen. Also nächsten Morgen wachte er auf. Er war drei Wochen lang nur rumgelegen. Er war gelähmt. Er konnte nicht mal Zähne putzen. Er konnte sich nicht kämmen. Seine Frau musste immer kommen und ihn waschen. Aber an dem Morgen wachte er auf. Und er hat sich komplett neu gefühlt. Er sagte, Moment, gestern Abend hat Gott zu mir gesprochen. Da muss was passiert sein. Er hat drei Wochen nicht gegangen. Er kommt nicht aus dem Bett. Er ist in einer neurologischen Intensivstation. Weil die Nerven eben sein Zwerchfell und alles beeinflusst. Und auch seine Atmung. Aber dann sagt er zu seinen Füßen, stell dich auf den Boden. Und zu seiner großen Überraschung machen die Beine das. Er steht auf. Der Krankenwärter sagt, Vorsicht, du wirst umfallen. Aber er ist nicht umgefallen, sondern er war sofort geheilt. Warum hat der Herr ihn so getroffen? Ein paar Wochen später war die größte Telekom-Firma der Nation. Er hat gesagt, wir wollen Telefonmasten in der ganzen Insel aufbauen. Und wir wollen es an einen Bauingenieur geben aus Sri Lanka. So etwas hat man vorher noch nie hergestellt in Sri Lanka. Wir kriegen das Zeug immer aus Indien. Und du weißt, wie zwischen Deutschen und Österreichern ist es. Zwischen Indern und Sri Lanka. Und so this, this... Nein, I was saying it's like German and Austrians, but I don't know what to say. No, I don't know exactly. Also, schwieriges Verhältnis. Die Österreicher lieben wir, nein. So wie zwischen Burgenländern und Restösterreichern. So we Sri Lankans like Austrians. Also die Sri Lanka-Leute, wir lieben Österreich. Wir auch. Wir lieben es. So anyway, Er sagte, lass es mich versuchen. Gott hat ihm Weisheit gegeben, wie er diese Masten herstellen und designen soll. Das erste Mal in der Geschichte Sri Lanka, weil Gott ihm diese Weisheit gegeben hat, hat er diese Teile hergestellt. Ich weiß, für euch Deutsch ist das gar nichts. Ihr habt das schon im 16. Jahrhundert hergestellt, so Zeugen. Aber für Sri Lanka vor 20 Jahren war das ein großes Ding. 1993 war das. Und er hat wirklich diese Teile gebaut. Und so was war in Sri Lanka noch nie hergestellt worden. Und er sagt, bitte bete weiter. Um 9 Uhr morgens wird das Ding eingeschaltet. Und es wird 400 Grad Fahrenheit heiß werden. Ihr wisst ja, wir sind doch immer ziemlich britisch in dem, wie wir denken. Deswegen Fahrenheit. Und da drin wird ein unglaublich großer Druck sein. Und er war ein Ingenieur. Nachdem er die Maschine eingeschaltet hat, hat er sich unter dem Tisch versteckt, weil wer weiß, was passiert. Und es hat funktioniert. Give a hand clap for you. Ja, danke. Gott hat ihm die Kompanie anvertraut, die den meisten von diesen Teilen hergestellt hat. Er war dann ziemlich treu, und er hat so viel Gutes getan. So hat auch Gott unseren Dienst finanziell versorgt. Also so haben wir diesen Quadratkilometer großen Platz für Gebet in Colombo und dann noch ein schönes Grundstück in Colombo selbst. Weil wenn wir uns einklinken in die Berufung einer Nation, eine Seele nach der anderen gerettet wird, dann können wir das Erstgeburtsrecht einer Nation wiederkriegen. Eine Nation zurückrufen, Gottes Kind zu sein. Dann kommt er ins Spiel. Dann kommt er in die Geschäftswelt. Neulich hat mir der Herr zum Beispiel meinen Wissenschaftler- und Forschergeist wiedergegeben. Und der Herr hat mir Einsicht gegeben und Erkenntnisse über das, was im Gehirn eines Kindes passiert, wenn es digitale Stimulation bekommt, also zu viel digitales Zeug konsumiert. Also ich habe auch ein Buch und eine DVD, die ich mitgebracht habe, die könnt ihr schreiben. Bitte nehmt das gerne mit, weil der Herr hat mir Einsicht gegeben. Ich habe auch Training bekommen über diesen Bereich. Also wir beten jetzt für Kinder, die hyperaktiv sind, die Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom diagnostiziert bekommen haben. Und Gott heilt Kinder und Gott kommt in eine Generation, die digitalisiert wurde, die einfach abgeschwirt sind. die vom normalen Leben angeödet sind. Die eigentlich immer nur einen Reiz und die Gefahr suchen. Wenn Gott Erkenntnis schenkt, dann kann Gott eine Heilung schenken auf einer Ebene, was ein Mensch nicht kann. betet für eure Kinder und erzieht die im Gebet. Betet für die Kinder und die Jugendlichen, deren Leben und Karriere beeinflusst wird durch so viele von den digitalen Spielen und dem Zeug. Ihr Erinnerungsvermögen wird beeinflusst, die Aufmerksamkeitsspanne, ihre Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen. Sie können das, was sie studiert haben, nicht mehr gut anwenden. Gott kann es umdrehen, alles. Gott hat immer eine Lösung. Wenn ein Mensch ein Problem erfindet, hat Gott eine Lösung. Interessors müssen sich mit Gottes Lösungen beschäftigen. Gott geht nie um Kritik. Wenn dein Kind einen Fehler macht, dann willst du am liebsten dein Kind bestrafen und ihm echt beibringen, den Fehler nie wieder zu machen. Oder andere Möglichkeit, du kannst ihn davor bewahren, den gleichen Fehler nochmal zu tun. Was ist besser? Was willst du bestrafen, dass was schon vorbei ist oder ihm helfen, den gleichen Fehler nicht mehr zu tun? Was von beiden? Das zweite. Also ihn davon abhalten, den nächsten Fehler zu tun. Das ist der einzige Sinn von Disziplin. Das ist der einzige Sinn von Korrektur. Also nicht, um jemanden zu bestrafen, sondern wir nennen das Korrektur. Also nicht Heimzahlen. Nicht Heimzahlen und Rache nehmen. Ja, wenn du dein Kind mal richtig vernehmen willst, wenn es sieben ist, ja, wenn du zehn Minuten hier nicht aufstehen darfst. Und wenn du das als Strafe verschreibst, dann musst du auch zehn Minuten dich mit dem Kind hinsetzen und es erleiden. Warum? Wegen des Kreuzes. Jesus hat die vorhergeschriebene Strafe selber getragen. Er hat sie genommen. Stimmt das? Also wenn wir eine Strafe verhängen unseren Kindern, dann leiten wir mit ihm. Das ist ziemlich schlimm für einen riesengroßen Mann, zu einem ganz kleinen Kind zu sprechen. Das ist furchtbar. Knie dich hin. Geh auf eine Augenlinie mit ihm. Schau ihm in die Augen. Und dann sprich mit deinem Kind. So ist Gott. Sag doch mal, danke Gott, dass du so bist. So geht Gott mit rebellierenden Nationen um. Rebellische Nationen haben abgefallene Politiker. Rebellierende Nationen haben Lehrer, die Jesus nicht kennen. Rebellierende Nationen haben Lehrer, die nicht den Heiligen wissen. Rebellierende Nationen haben Doktoren, die den Retter nicht kennen. Rebellierende Nationen haben Juristen und Rechtsanwälte, die Gott noch dringender brauchen als die Ärzte. Gott kniet sich hin, um sie zu überreden, um sie zu gewinnen. Deswegen ist Gebet so wichtig. Stimmt das? Ich habe noch so viele mehr Geschichten. Aber ich bitte jetzt mal Hiranti, nach vorne zu kommen und das Gebet zu führen. Ihr müsst einfach mal hören, wie sie betet. Können wir mal aufstehen? Lass uns mal die Stimme zum Herrn erheben. Lass uns anfangen, laut zu beten. Herr, wir danken dir für diesen Abend. Wir danken dir für diese Atmosphäre des Himmels an diesem Ort. Danke, Herr, wenn der Vater uns mit seinem Heiligen Geist berührt. Danke, Herr, für dieses Gebetshaus. Danke, Herr, für das Volk Gottes an diesem Ort. Herr, wir bitten, dass dieser Abend, dass wir ein Orchester des Gebetes anstimmen. Fangt an zu beten. Fangt mal an, laut auszubeten. Danke, Jesus. Sagt einfach Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Herr, wir danken dir für diese Stunde, die wir gemeinsam haben. Danke, Herr, dass Stimmen sich erheben zu dir. Danke, Herr, für diese Himmelsleiter in diesem Ort. Herr, wir glauben mit ganzem Herzen, dass du nichts auf der Erde tust, außer durch das Gebet deiner Gemeinde. Danke, Herr, für diese unglaublichen Möglichkeiten, die wir haben, durch die Gebetstimmen dieser deiner Menschen. Herr, alle Ehre sei dir. Alle Lobpreis sei dein. Herr, wir sehen mit unseren eigenen Augen, Herr, wir sehen mit unseren eigenen Augen, was du tun kannst, und dann folgt es deinem Gott, das ihr den Gott kennt. Herr, lass deine heilige Salbung fallen an diesem Ort, die Salbung, die die Joche in dieser Nation zerbricht. Lass uns weiterbeten. Hört nicht auf zu beten. Der Herr hört die Stimmen seines Volkes. Und er will euer Gesicht sehen und eure Stimme hören. Im herrlichen Namen Jesu. Komm, oh Herr. Wir beten dich an, Herr. Herr, wir beten, dass diese Gebete aufsteigen in den Himmel. Herr, wir wissen, dass die in die goldenen Schalen vor dir gesammelt werden. Und wir wissen, dass, wenn sie voll sind, dass deine Antworten niedergesendet werden. Und wir danken dir dafür, Herr. Danke, Herr, für diese wunderbare Zusammenarbeit. Danke für den Vater im Himmel. Mit unserem ganzen Herzen wissen wir, dass Gott über alle irischen Belange herrscht. Und dass du durch die Gebete, durch die aussichtshaltenden Augen der Heiligen, der Gemeinde, dass du deine Herrschaft ausbreitest, dass du die Herrschaft der Menschen. Wir wissen, dass du die Königreiche dem gibst, dem du willst. Und wir beten zu dir, Herr. Fang an zu beten. Drück ein bisschen weiter. Ihr könnt den Raum einnehmen. Herr, wir bringen jetzt vor dich Angela Merkel, die Kanzlerin dieser Stunde. Herr, wir bringen sie vor dich. Sie ist dein Diener. Herr, wir beten, dass du die Bundeskanzlerin mit deinem heiligen Blut besprängst. Herr, wir vertrauen sie deiner Gnade an. Und wir beten, Gottes Weisheit möge auf sie kommen. Wir beten, dass Gottes Kraft auf ihr Leben kommt. Kommt, hebt sie hoch. Wir beten für Angela Merkel. Hebt sie hoch vor dem Thron Gottes. Im Namen Jesu. Betet einfach, betet das aus, was sie tun soll. Sprecht in ihr Leben rein, was sie tun soll. Und so wie ihr betet, so wie ihr es im Gebet aussprecht, so wie ihr das Befehl im Gebet, wird der Herr das hervorbringen in ihrem Leben. Im wunderbaren Namen Jesu. Herr, wir setzen eine herrliche Gegenwart Gottes frei über dem Leben von Angela Merkel. Herr, wir danken, was du tust über den Leitern dieser Nation. Der durch den Glauben gerechter wird leben. Wir danken dir für die Vision, die du für Deutschland hast. Wir danken dir, Vater, dass diese Vision nicht verloren geht. Herr, wir wissen, es wartet noch darauf, dass die Gebetsstimmen sich erheben. Hebt eure Stimmen, lasst uns beten für Deutschland. Jedes Versprechen, das Gott gegeben hat, diese Nation. Herr, bring diese Nation zur Geburt. Herr, wir danken dir für diese Gnade des gebärenden Gebetes. Danke, Herr, für die Gnade, dass wir als Fürbitter stehen dürfen. Danke, Herr, dass wir als Fürbitter stehen dürfen. Danke, Herr, dass wir uns identifizieren können mit dem Gnadenswerk von Kalvarien. Und danke, Herr, dass es nie heißen wird, es gab keinen Mann, der sich dazwischen gestellt hat für diese Nation. Amen. Amen, amen, amen. Herr, wir beten weiter. Wir beten für die Kanzlerin dieser Nation. Herr, wir beten für diese Tochter Gottes. Herr, wir beten, dass ihre besten Jahre erst vor ihr liegen. Herr, wir sagen, dass ihre späten Jahre besser werden sollen als ihre ersten. Wir sprechen den Geist Jesu Christi in diese Kanzlerin. Herr, wir bringen dir diese Tochter Gottes vor dich. Diese erste Tochter Deutschlands. Herr, sie ist deine Tochter. Heute Abend sprechen wir in ihren Geist hinein. Gnade und Wahrheit. Dass sie deine Stimme hört, Herr. Dass du ihre Vision erneuerst. Dass du sie dich hören lässt. Herr, wir schicken unsere liebevollen Gebete, die sie umgeben sollen. Wir heben heilige Hände hoch, um sie zu umgeben damit. Wir sagen, sie soll mutig sein. Um Gerechtigkeit, Recht und Erbarmen hervorzubringen. Keine Lügen dürfen in ihr Herz rein. Wir taufen sie mit einem Geist von Wahrheit. Tochter Gottes. Angela Merkel. Gott, der dich auf diesen Stuhl gesetzt hat. Gott gibt dir heute Abend Gnade. Der Herr soll sein Angesicht über dich erheben. Der Herr soll dich krönen mit seiner liebevollen Gnade und Barmherzigkeit. Es soll kein Ruin über diese Nation kommen. Wir krönen Deutschland mit einer Krone von Gnade und Barmherzigkeit von unserem himmlischen Vater. Wir sagen, dass viele Stimmen vom Himmel auf die Erde und viele Stimmen von der Erde zum Himmel emporsteigen sollen. Deutschland soll gerettet werden. Deutschland wird gerettet werden. Jeder Berg von Einfluss in Deutschland soll von der Krone Gottes besetzt werden. Und wir rufen Deutschland in den Schoß Gottes. Deutschland ist kein Waisenkind mehr. Wir rufen dich zurück zu Gott, Deutschland. Deutschland, wir sprechen in deinem Geist. Deutschland ist Gottes geliebtes Sohn. Komm zum Vater. Komm zum Vater. Wir umarmen dich mit der Liebe des Vaters. Deutschland, du bist eine Nation, die ein Schafes. Du wirst die Stimme des guten Hirten hören. Komm. Komm zurück. Kehr um. Kehr um in die Umarmung Gottes. Wir schütteln jede falsche Last ab. Und wir legen auf deine Schulter den Hirtenstab, Christi. Wir nehmen den Stock des Treibers weg. Jeden Mechanismus des Stabes, des Bösen und des Treibers. Wir brechen. Wir brechen es im Namen Jesu. Deutschland soll frei sein. Deutschland wird frei sein. Du wirst frei sein, Deutschland. Jede Kette, die dich bindet. Wir öffnen die Käfige und Kerker. Wir schließen die Porten der Unterwelt. Wir öffnen die Porten des Himmels. Wunderbarer Ratgeber Gott. Wir geben dir die Herrschaft über Deutschland. Wir sagen zum Bundestag in Deutschland. Mach Deutschland zu einer Nation des Vaters. Eine Nation des Vaterherzes Gottes. Danke, Jesus, dass du Deutschland mit deinem Blut besprenkst. Danke für jede Familie in Deutschland. Danke für Mann und Frau, die die Ehe stiften. Danke für Väter und Mütter, die eine Familie darstellen. Danke, dass du Kinder in der Furcht Gottes erziehst. Danke für jedes kostbare Kind und ein Mutterleib. Wir sagen, kein Kind soll abgehen und vorzeitig sterben. Herr, segne Deutschland. Herr, segne dieses Gebetshaus. Herr, segne Johannes Hartl, dein Diener. Segne sein Team, Herr. Lass die Portale des Himmels aufgehen über diesem Gebetshaus. Dass jeder, der hierherkommt, deine Stimme hört, Herr. Dass er dein Gesicht sieht. Im Namen Jesu. Ich habe Lalit gebeten, er soll noch ein paar Sätze sagen. Wir haben vorher beim Essen mir ein paar so wichtige Einsichten gegeben, wie wir für Politiker beten können. Es war so mächtig jetzt, aber ich will nicht, dass er aufhört, nur weil der Countdown vorbei ist. Einfach ein paar Sätze noch. Es ist so viel weiser drin, ihr merkt es. Einfach, just take a couple of more minutes, just ideas how to pray for politicians. Und danach gehen wir zurück in Lobpreis. Aber das ist so wichtig. Politiker sind die Hirten, die Gott eingesetzt hat. Und wir müssen sie respektieren, weil Gott sie eingesetzt hat. Manchmal verpassen sie Gottes Absichten. Wenn ein Kind Gottes nicht hört, dann sollst du geduldig eine Wegweisung geben. Also wenn du den Eindruck hast, dass dein Bundeskanzler oder jemand im Bundestag irgendwie am Punkt vorbeigeht, irgendwas Falsches tut, dann geh nicht auf Facebook, sondern geh zum Angesicht. Also geh zum Face, nicht zum... Geh vor das Angesicht Gottes. Das ist der Ort, nicht auf Facebook. Und dann sprich in das Gesicht des Vaters. Lord, I weigh the action of the Chancellor. Ja, ich, 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 ich wiege die... I wait. I wait. Also ich wiege die, die Aktion, das, was jetzt die Kanzlerin getan hat. Mene, mene, take her. Mene, mene, take her, upahsin. Weighing and numbering. Das heißt, gewogen und bemessen wurde. If it is not right, Und wenn das nicht richtig ist, was sie getan hat, dann sagst du, upahsin. Lord, take this action away. Nimm das weg und lass es keinen Effekt haben. You have authority to pray. You have authority to pray, the right thought into her mind. You have authority to pray, the right thought into her mind. You are an indecisor. You are indecisor. You are speaking the voice of God to her heart. Du kannst die Stimme Gottes in ihr Herz sprechen. But from this mouth bitter water and sweet water can't go out together. Aber du musst dich entscheiden, ob bitteres Wasser aus deinem Mund kommt oder Segen. You have to decide for criticism of my intercession. You can't do both. You have to decide to either report bad things or to reform bad things. Entscheidung, entweder schlechte Nachrichten weiter tratschen oder Reformation bringen, Veränderung bringen. Du musst entweder dich entscheiden, ob du falsche Sachen weitererzählst oder ob du Sachen richtig stellen möchtest. It works in English. Ja, also ob du Sachen schreiben möchtest oder richtig stellen Sachen, die wir sagen. Oder richtig stellen. Alles, was du siehst, was falsch ist in der Politik, kannst du es drehen, zum Kreuz hin. Also du kannst es hin zum Kreuz drehen. Das, was falsch ist, kannst du es im Gebet zu guten Sachen drehen. Das passiert doch fürbitte. Zu welcher Herrschaft gehörst du, zu welcher Regierung gehörst du? Und das setzt du ein auf nationaler Regierungsebene in Deutschland. Welche Regierung ist höher? Die Gottes Regierung höher. Wir haben ein Gebetsparlament. Wir nennen das auch Gebetsparlament. Jeden Montag, jeden Monat drei Tage. Fünf Uhr morgens bis zehn Uhr abends. Und eine Nacht auch bis nachts um vier. Bringen wir die Nation vor Gott. Das ist unser Gebetsbundestag. Und dann bringen wir alles, was falsch war. Wir tratschen da nicht drüber. Sondern wir bringen es vor Gott. Wir diskutieren nicht drüber. Wir schreiben keine Facebook-Posts drüber. Wir sind politisch enthaltsam. Also wir verstehen schon Politik. Ich habe persönlich für jeden Kanzler seit 1993 gebetet, für jeden Regierungschef in Sri Lanka. Vor zwei Wochen, Zwei Wochen bevor ich jetzt hierher gekommen bin, habe ich den Präsidenten von Sri Lanka getroffen. Das passiert nicht, wenn du sie kritisierst. Das passiert, wenn du für sie betest. Ich sage das immer an der Sicht des Herrn. Das sollte der Präsident tun. Herr, befördere ihn. Lass ihn deine Stimme hören. Lass sein Kopf fähig sein, deinen Rat zu empfangen. Also wir legen ihm die Hände auf. Auch wenn wir nicht da sind, im Geiste legen wir ihm die Hände auf. Diese Autorität hast du als Beter. Wir haben uns entschieden, ihnen im Gebet die Füße zu waschen. Und nicht Schmutz auf sie zu schmeißen. Du bist ein Christ. Gott hat dir ein Handtuch gegeben. Gott hat dir keinen Raketenwerfer gegeben. Die heißen Schlamm. Das ist wie eine geistliche Panzerfaust, wenn du negativ sprichst über Politiker. Aber sowas hat Gott nicht gegeben. Gott hat uns ein Handtuch gegeben, um uns niederzubeugen und Füße zu waschen. Das können wir tun. Gott wird Haman absetzen im Buch Esther Lesung. Und Gott wird die Feinde des Evangeliums bloßstellen. Aber Gott wird das durch Daniel tun. Gott wird durch einen Diener das tun. Gott kann sogar durch einen Gecko im Haus des Präsidenten arbeiten. Also Gott hat seine Wege, wie er hinkommt. Aber unser Job ist es, dem Wort Gottes Stimme zu verleihen durch unseren Mund. Die Stimme Gottes in seinem Wort, im Gebet, im Lobpreis, in der Prophezierung, in der Prophezierung, auch im Ratschlag, in Evangelismus. Wenn wir missionieren, evangelisieren, das bringt Gottes Herrschaft hervor. Mit Wunder und mit Rat. Mit Macht und Fertigkeit. Johannes, äh, Jesaja 9, nicht nur Macht, sondern Vater, ewiger Vater. Wunderbarer Ratgeber. Und das bringt den Fürst des Friedens hervor. Tägliches Gebet. Die Sanftmütigen werden das Land besitzen. Das ist die Kraft des Trauerndes. Der Gott wird die Trauernden getröstet werden. Die Sanftmut des Gebetes beherrscht die Erde. Es war gut, dass Sri Lanka mit dem Krieg aufgehört hat. Es ist gut, dass Deutschland sich jetzt mit dem Flüchtlingsproblem auseinandersetzen muss. Oder jedes andere Problem. All diese Probleme können wir nur handeln durch die Sanftmut des Gebetes. Herr, wir vertrauen dir mit unserer Bundeskanzlerin. Wir beten in ihren Geist. Wir beten in ihr Herz. Viele Christen sind schnell dabei, zu sagen, okay, der Kanzler muss weg. Aber wer soll stattdessen hin? Christen sind relativ gut dran, die bestehenden Herrscher abschießen zu wollen. Durch Kritik. Aber kommt dann was Besseres? Ja, wer kommt dann an der Stelle? Es ist wichtig, im Gebet die Einsetzung von einem Politiker und den Abschied von einem Politiker im Gebet zu bewahren. Wir haben das seit 1988 bei jeder Wahl getan. Wir bringen den ganzen Wahlvorgang im Gebet vor Gott. Wir beten den ganzen Wahltag über. We don't give elections with a verdict to the vote. Verdict of the election does not come from the vote of the people. Also wir glauben, dass das Ergebnis der Wahl nicht von den Leuten abhängt. Verdict of election comes from the voice of God becoming the voice of the people. Sondern wir glauben, dass es die Stimme Gottes ist, die dann die Stimme des Volkes wird und dann wird jemand gewählt. Weil wir gebetet haben. Wir haben durch etwa zehn Wahlen schon durchgebetet. Und jedes Mal, der, für den wir gebetet haben, den hat Gott auch eingesetzt. Auf nationaler Ebene. Das ist der Herr im Preis. So läuft es. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Einsetzung und dann auch den Weg nach draußen. Er hat gesagt, wenn ein Politiker in Scham endet und schmachvoll gehen muss, kommt nichts Besseres nach. Es ist wichtig, im Gebet zu beten, dass jemand gut anfängt, dass jemand gut endet. Lalit, thank you so much. That was a bunch of wisdom about prayer. That was so precious. Das war wirklich ein Haufen von Weisheit. So Praxis, so aus dem Herzen vom Leben gereift. Let's give a hand to Lalit. Just thank you so much. That was precious. Thank you so much. Und die alle lasst uns... Ja. Vielen Dank.